so hallo leute und herzlich willkommen zurück bei roach legacy oh mein gott heute haben wir wie nehmen wir denn trade ebis even the most billion heroes can suffer from a root of a bolt scheiß egal scheiß drauf nehmen wir so wir haben noch 200 gold das können wir leben und sich lassen magic thema job ja komm hier auch schon versteckt man nehmen können aber gut gucken wir mal 30 gut kann man nicht mehr viel anfangen ich muss mich wieder an die steuerung gewöhnen das ist schlagen weil ich wie gesagt in der demo war das alles noch ein bisschen anders und nun ja ich will nicht sagen besser aber es war für mich angenehmer mit mit der umschalter so zu schlagen so gehen wir mal hier oben lang in den raum müssen wir ja nicht noch mal ne gott sei dank ich habe ja kein bock darauf wo die mich wo die mich komplett verarschen man was geht denn ich muss hier raus man scheiße gott oh gott gott oh gott nein ich bin hochgesprungen schlisse nein boah ok müssen jetzt das machen sind wir echt demnächst mal ein bisschen tot scheiße mich so schlecht wieso bin ich denn so schlecht gerade rot für eine störung habe ich auch noch mal in die büte also den müsst ihr euch jetzt vorstellen wir haben es jetzt fünf uhr sechs morgens ich nehme das hier auf deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen im arsch so take no damage das könnte man schaffen ich sag man könnte damit aber gut es war fast fast geschafft damit nehmen wir 200 gold und nehmen wir den da drüben den architekten ok ja das wissen wir ja schon was er kann ok fast das heißt wir sehen nicht was um uns drumherum ist das natürlich auch nicht so gut müssen wir mal gucken das ist ein bisschen da muss man sich erst mal dran gewöhnen moment ich muss hier weg man ja was ist was sind denn das für räume scheiße man so das ist auf jeden fall nichts für casual gamer ok pass mal auf ähm wir versuchen mal jetzt was anderes hier das bild wackelt ne ok das war ein critical hm das war auch noch critical wir haben irgendwie eine gute chance auf kritische treffer habe ich so das gefühl ok das bild auch noch näher wird das unten so das auch noch nö gut dann machen wir das hier alles noch kaputt so das hier auch noch und wo gehen wir jetzt lang erstmal hier lang oder da lang aber wir können hier nur hier lang eigentlich oh gott ok mhm so das läuft gerade ganz gut ok da sind wir doch relativ gut durchgekommen äh das bild so ich vergewaltige hier kommt meine tastatur ein bisschen ok jetzt will ich mal gucken nein ah damit ja das ist wenn man die nicht gleich killt ist scheiße jetzt nehmen wir noch ein bisschen gold das heißt ein bisschen mit ja vier eigentlich müssen wir mal gucken was wir uns dann kaufen können so die machen wir erstmal kaputt hier so was gibt es hier so hm 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 will ich da rein aber das ja gut ich wollte nicht da rein aber egal aber das war das erste neue spielemente was ich mal gesehen habe jetzt dieser neue raum finde ich ja ganz cool na gut wir nehmen mal den jetzt wir können hm hm ich will mal hier erstmal beim schmied gucken ah ja das hatten wir noch gar nicht ja 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 da können wir uns ein neues schwert machen und nehmen wir mal das neue schwert brauchen wir 150 brauchen wir 200 gut dann gehen wir nochmal zum männer und gucken ob wir da auch noch was reißen können aber ich glaube eher nicht ne da können wir nichts mehr reißen vielleicht noch bei ihr was ja 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 du kannst uns verzaubern das wissen wir demnächst ach quatsch jetzt habe ich hier D und so hier ist aber auch alles zu teuer gut dann gehen wir weiter weiter rein weiter rein ich will mal wieder so nen Run haben irgendwie genau warum ey da draußen laufen schon Menschen rum um 5 Uhr aber was haben die denn für Probleme ok was habe ich für Probleme um 5 Uhr auf 10 Uhr war ach es geht ums Prinzip man so so ne hab ich auch genau reingelaufen man scheiße scheiße ein Bild verfolgt mich so ja gut das war ein bisschen fail oh jetzt bin ich auf ein Mikrofon gekommen hier hm muss gucken dass ich das nicht umschmeiße weil ich hab das jetzt wieder auf diesem oder kleinen Ständer sozusagen und da laufe ich immer Gefahr das irgendwie umzuwerfen boah ich hasse solche Räume man ich hasse solche Räume hab ich das erwähnt hab ich erwähnt dass ich solche Räume hasse na spring doch hoch man ach du nehm nicht ja jetzt hab ich nicht aufgepasst was 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 bleh scheiße man ah oh Gott wie viele denn noch man scheiße boah ich hab meine Tastatur echt vergewaltigt aber irgendwann äh geht's halt nicht mehr nun ja meine Tastatur ein bisschen hinterschieben so und dann 140 Gold da kommen wir mal hier Mana ab whatever was haben wir denn äh wie ist denn der Mana Knopf hier hallo ist irgendwie alles anders jetzt Change Controls ähm W W ist ja vollkommen scheiße eigentlich aber egal aber die Attacke ist geil füllen wir grad so auf irgendwie die ist ja mal extrem geil na gut probieren wir's so probieren wir's oh die wird uns halt unser gesamtes Mana mit einmal abziehen fürchte ich mal dann naja mal gucken vielleicht können wir sie beim Boss Gegner auch so einsetzen schauen wir mal so okay ja komm schon oder nicht das ist Zeit äh hä wieso bin ich denn nicht so schnell man dann komm ich gar nicht mehr klar oh scheiße ich komm gar nicht mehr klar irgendwie gerade hey was geht Junge wasch da los was wasch da los äh spring w 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 we w w w w w w w w w Nehmen wir das 120, damit kann ich gar nichts machen Nearsighted Na gut Ich muss mit der Steuerung erstmal klarkommen, die Steuerung ist echt strange gerade, man, 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 man Ich hätte wirklich gerne dieses Schlagen wieder auf dieser Umschalttaste, aber das funktioniert halt nicht Das Spiel sagt so nö So, das sind Bilder, die nicht wach werden, das ist mir ganz recht Ja, dann komm doch her, Mann Ja, ein Statu Nö, einfach nö, weißt du Komm doch runter, Mann So, pass mal auf jetzt So, einmal den Einmal den Äh, runter, runter, runter Den noch mitnehmen Ich wollte ja Oh, ich weiß sogar aus welchem Spiel dieses Bild ist Es ist ja eine kleine Anspielung Aber schön Das könnte ich eigentlich auch mal spielen Ist eigentlich mehr so ein Trashgame, aber Was machen die denn da draußen Laufen die da nach oben Okay, neuer Raum What the Okay Was zur Hölle Okay Wow Wow, das war knapp Das war knapp Geld Jede Menge Geld Irgendwie macht das Angst Ja, es macht Angst Ja, es macht Angst What the fuck Was war das denn mit dem Raum, Mann Unhittable ist der Nun gut Building No entering castle Hampton Ich muss echt mal weiterkommen Ich glaube, wenn man Ja, ich weiß nicht, wenn man alle Bosse, Böse Böse Getötet hat Dann kommt man dann auch mal In ein neues Schloss Oder wie Scheiße Was geht denn hier, Junge Junge Was ist da los Ah, da kommt man nicht rein, ne Aber jetzt bin ich Ding Ich Aha Ne Kommt man nicht rein Geht jetzt noch weiter Ich muss mich mal hier Wir haben jetzt keinen Moment Ich muss mich nochmal eben Kratzen So What the Okay, critical Heiliger Okay Wann, 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 wann Okay So So Vielleicht Ich habe meine Tastatur Einnehmer hier Muss man dringend mal Eine leisere kaufen Irgendwie Scheiße Obwohl die eigentlich Ziemlich teuer war Da wurde man wieder verarscht Alter Was ist denn hier nur los Was ist denn da los, Junge Was ist da los Okay Das hat ja mal gut funktioniert Was ist da los Alter, da oben komme ich nicht rein Das ist mir jetzt nicht als normalo Critical Junge Zweimal One Hit One Hit Wonder So So Lass mal auf hier So Wie habe ich das gemacht, Junge Wer ist der Babo Schiert Ich muss Ich muss schneller werden Jawohl Double Kill Den will ich oben nicht angreifen Oh ja, der ist mir ein bisschen Stark Vielleicht Nein Oh, wie blöd Wie blöd Wie blöd Was für ein blöder Tod, Mann Ah, dammit Na gut, ich muss nochmal die Folge beenden Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Roach Legacy Morgen oder so Mal sehen Ciao Ciao Und Ciao